Die Veranstaltung war super. Wir haben uns jetzt hier zwei Tage lang echt gut unterhalten, sehr viele nette Leute kennengelernt, sehr viel Impuls gekriegt nochmal, guten Austausch, gute Vorträge. Unsere Firma hat uns hergeschickt jetzt so. Wir haben uns ein Jahr lang eigentlich vorbereitet und gefreut, dass wir kommen dürfen. Wirklich, weil wir das erste Mal jetzt auch da sind und würden jederzeit wiederkommen. Denke ich, super Gelegenheit, einfach nochmal Gleichgesinnte zu treffen. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Man kann guten Input mitnehmen, dadurch, dass beim Lean ja nichts Geheimes ist. Man tauscht sich offen über die Dinge aus, offen über seine Methodiken, die man hat. Genau, ich freue mich auf nächstes Jahr.